Qualitätsmänner denken ganz anders, nicht nur über Frauen, sondern generell. Sie stellen sich die Frage gar nicht, worauf Frauen stehen. Im Ernst, Mann. Ihnen interessiert es, was die wollen oder vorgeben zu wollen. Das heißt, du tust rein gar nichts, um Frauen zu gefallen. Dein Tun und Handeln sollte so unabhängig von Frauen sein, wie dein Selbstvertrauen, das mit einer schönen Frau an deiner Seite genauso hoch ist wie ohne. Mach deine Arbeit, hol das Maximum aus deiner körperlichen Veranlagung heraus. Werde wirtschaftlich konkurrenzfähig, generiere so viel Einkommen wie möglich und leg dir einen souveränen Kleidungsstil zu. Pflege dich also, wertschätze dich, sei hart mit dir und übernimm die Eigenverantwortung für deine Ergebnisse. Das ist im Prinzip mein Kerngedanke seit jeher. Frauen gehen halt dorthin, wo Macht und Einfluss ist und Qualitätsmänner gehen dorthin, wo unverbrauchte Schönheit ist. Und das, das sind dann wirklich ewig gültige Gesetze der Anziehung. Und wer sich drüber beklagt, hat Probleme mit der Realität. Und wer sich das mit der Realität betrachtet. Untertitelung des ZDF, 2020